Drei Tipps, damit du endlich aufhörst, alles persönlich zu nehmen. Jeder kennt dieses Gefühl. Eine Situation oder ein Kommentar trifft dich quasi härter, als du dir gedacht hast. Du nimmst das viel zu persönlich. Das heißt, du siehst es wie eine persönliche Kritik. Ich glaube, dass jeder dieses Gefühl kennt. Und hier sind einfach drei Wege, wie du dich davon endlich einmal befreist. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Daniela Roska, Gründerin der Akademie Sinneschmiede. Und ich wünsche mir, dass du einfach in dir innerlich freier wirst, dass du zu dir findest, dass du dich mental stärkst und vor allem gelassener und achtsamer durchs Leben gehst. Und genau dafür sollte dieser Content hier sein. Und wenn dir das gefällt, dann folge mir sehr gerne für mehr und schreib mir vor allem auch einen Kommentar, damit ich auch auf etwas eingehen kann, was dich gerade berührt. Und jetzt kommen wir zu diesen drei Tipps. Der erste Tipp, den hast du vielleicht schon öfters gehört. Nur bitte, bitte merke dir diesen Tipp. Verstehe, dass nicht alles mit dir zu tun hat. Jeder Mensch von uns hat Unsicherheiten, Packerl zum Tragen. Jeder Mensch von uns hat andere Einstellungen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn jemand oder eine Situation, jemand, die einen Kommentar gibt oder eine Situation dich trifft, dann hat das meistens mit der anderen Person zu tun. Das ist die Unsicherheit, die Einstellung von der anderen Person, oft auch Ängste von der anderen Person. Und diese Unsicherheit und Ängste werden auf dich projiziert. Nichts anderes. Und deshalb ist es eben, es hat mit dir nichts zu tun. Deshalb brauchst du es auch nicht persönlich zu nehmen. Auch wenn es sich persönlich anfühlt, auch wenn die Wörter persönlich sind, haben die trotzdem etwas mit der anderen Person zu tun. Beobachte das jetzt einmal das nächste Mal. Also bevor du dich in den Gedanken verlierst, oh Gott, was ist mit mir nicht richtig, beobachte einmal und überleg dir für dich einfach selbst, was könnte bei der anderen Person gerade eine Unsicherheit sein, was ich auslöse. Denn du triggerst in dem Moment die andere Person. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und da ist gleich der zweite Tipp über dich im Perspektivenwechsel. Frage dich, wie würde ein anderer jetzt diese Situation verstehen? Wie würde jetzt ein anderer zum Beispiel diese Worte für sich sehen? Dieser Perspektivenwechsel, also dieser Sichtweisenwechsel, ist ein sehr mega geniales Tool, um einfach eben eine andere Sicht auf diese Situation zu haben. Du schaffst es dann nämlich, diese Situation mit Abstand zu betrachten. Also du bist jetzt nicht mehr in der Situation, sondern du bist dann nur mehr der Beobachter. Genauso wie wenn jemand anderes oder eine Freundin zu dir kommt und auch etwas persönlich nimmt, dann gibst du dieser Freundin ja auch aus einer anderen Situation, nämlich aus deiner Situation einen Tipp. Du bist dann da auch nur der Beobachter und nicht mehr involviert. Und genauso kannst du das für dich selbst aber auch machen, dass du dir innerlich vorstellst, ich gehe jetzt raus aus der Situation und beobachte einfach nur für mich oder reflektiere für mich, was ist da gerade passiert. Und das Coole ist, wenn man so diese Perspektive wechselt, dann ist das Ganze nicht mehr so ein Angriff, den man dann für sich sieht, sondern du kannst besser verstehen, wie auch am Anfang gesagt, warum ein anderer so reagiert, wie er reagiert. Und da ist auch der dritte Tipp, und zwar setze Grenzen und zwar ganz bewusst. Was meine ich damit? Entscheide dich ganz bewusst dafür, welche Worte und Meinungen wirklich für dich relevant sind. Denn es sind ja nicht deine Worte und deine Meinungen, sondern es sind Worte und Meinungen von jemand anderem. Die müssen ja für dich nicht relevant sein. Entscheide dich ganz bewusst dafür zu sagen, nein, sind nicht für mich relevant, ich schicke sie innerlich für dich einfach wieder zurück. Und frag dich auch, ist das wirklich für mich? Also noch einmal, auch zu den vorigen zwei Punkten, sind diese Worte wirklich für mich? Oder spricht da jemand aus sich heraus und projiziert es einfach nur auf mich? Und da ist auch so, du musst nicht jedes Feedback und jede Kritik einfach in dein Leben lassen. Du kannst es aber anschauen, ob es für dich interessant ist, dieses Feedback, diese Kritik. Aber du kannst dich auch dafür entscheiden und sagen, nein, dieses Feedback, diese Kritik brauche ich nicht. Die ist nicht relevant und interessant für mich und mein Leben. Und denke mal daran, dein Wohlbefinden und die Meinung über dich selbst, das sollte die Priorität sein. Von allem. Probier das einfach einmal aus, wenn du in so einer Situation bist, wo du einfach einmal für dich selbst kurz sagst, hey, ist das jetzt für mich? Möchte ich deine Grenze setzen? Und warum könnte das der andere sagen, was ist seine Unsicherheit? Unsicherheit. Und einfach aus dieser Situation Beobachter werden, bevor du dich in dieses Gefühl hinein manifestierst, dass alles schlecht bei dir ist. Das ist es nämlich nicht. Wie gesagt, oft liegt es eben am anderen. Und wenn du aber merkst, dass diese Kritik etwas Gutes ist, woraus du lernen kannst, dann kannst du auch sehr dankbar sein dem anderen gegenüber und sagen, hey, voll cool, dass du das gesagt hast. Ich habe zum Beispiel einmal so etwas erfahren, wo mir jemand gesagt hat, dass er eben mit dem und dem von mir nicht gut kann und mit diesem Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, nicht gut umgehen kann. Ich finde das mega, dass das jemand zu mir sagt, weil das zeigt erstens einmal Mut. Es zeigt aber auch, dass ich dem anderen etwas getriggert habe. Das heißt, ich habe einfach ein, ich habe dieses Auftreten, dieses Herauskommen, dieses Boah, ich bin einfach da und das habe ich in dem anderen getriggert. Und somit hat diese Person, die sehr zurückhaltend ist, mit diesem Verhalten einfach nichts anfangen können. Bedeutet in Wirklichkeit, wie wir das dann ausgesprochen haben, dass diese Person auch gern so wäre, wie ich hätte auch gern dieses, boah, ich möchte rauskommen aus mir, boah, ich möchte einfach einmal sagen, was ich denke, ohne darüber nachzudenken. Also diese Person wollte das in diesem Moment haben und das war in Wirklichkeit dieser Trigger. Und diese Person hat es mir aber so gesagt, wie ich, also ich hätte es persönlich nehmen können, war aber wirklich so, ich habe gesagt, okay, hey, voll cool, dass du das gesagt hast. Und ich habe auch für mich einfach erkannt, okay, in dem Fall hat es tatsächlich mit mir nichts zu tun, brauche ich nicht persönlich zu nehmen, ist ein toller Ansatz, brauche aber aus dem nichts verändern, aus dem heraus. Eine andere Situation hat mir gezeigt, da war eine Kritik da, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eine interessante, tolle Kritik, aus der kann ich was lernen, da kann ich was mitnehmen, das mache ich auch und da werde ich auch was an mir verändern, beziehungsweise etwas anders machen. Also das heißt, ganz, ganz wichtig, bevor du etwas für dich persönlich nimmst, überleg dir einfach einmal, wie ist diese Situation jetzt wirklich. Also werde zum Beobachter und nicht mehr zum in der Situation gespielten. Und wenn du da mehr machen möchtest, dass du mehr zu dir finden willst, mehr in die Selbstliebe kommen möchtest, mehr in das Selbstbewusstsein und einfach einmal deine Stärken kennenlernen möchtest, deine Fähigkeiten und einfach auch deine Ziele verwirklichen möchtest, einfach, ja, dein Leben freier, innerlich freier leben möchtest, dann kann ich dir vom ganzen Herzen meinen Kurs, Online-Kurs Bewusst Selbstsein empfehlen, wo wir genau diese Themen Schritt für Schritt durchgehen mit tollen Videos, mit tollen Reflexionsfragen, mit tollen Übungen, die du machen kannst in deinem Alltag, wo du einfach einen Aha-Effekt nach dem anderen bekommst. Und wenn das so ein Thema für dich ist, dann kommentiere sehr gerne mit Online-Kurs und ich schicke dir die ganzen Infos zu.